Bauunternehmer Matthias möchte keine Ausschreibung mehr verpassen. Deshalb meldet er sich bei Vergabe24 an, der Ausschreibungsplattform für alle Branchen und Gewerke. So hat Matthias über 570.000 Ausschreibungen in Deutschland und Europa jederzeit im Blick. Ob Bauleistungen, Lieferleistungen oder Dienstleistungen. Damit er keine Ausschreibung mehr verpasst, kann er sich per E-Mail informieren lassen, wenn es neue Aufträge gibt. Mit direktem Link zur Bekanntmachung. Alles online auf einen Blick. Auf Vergabe24 kann Matthias regional, in ganz Deutschland und europaweit nach Aufträgen suchen. Und wird mithilfe zahlreicher Suchfilter direkt zu den passenden Ausschreibungen geführt. Er kann unbegrenzt viele Suchprofile anlegen. Nach Einblick in das Leistungsverzeichnis bestellt Matthias die Vergabeunterlagen bequem per Post oder lädt sie ganz einfach online herunter. Die Teilnahme an Vergabeverfahren erfolgt ganz einfach per Post oder digital über die Vergabe24-Plattform. Außerdem profitiert der Bauunternehmer von der kostenlosen Support-Hotline, einem breiten Angebot an Seminaren, der umfangreichen Wissensdatenbank mit hilfreichen Blogbeiträgen, Gesetzen, Hilfe-Videos und Leitfäden. Und all das bekommt er unschlagbar günstig mit einem flexiblen Tarifsystem. Matthias freut sich. Er verpasst keine Ausschreibung mehr und ist immer bestens informiert. Ganz einfach alles im Blick. Auf Vergabe24. Registrieren Sie sich noch heute und gewinnen Sie neue Aufträge.